Musik 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 Lol, ich hab jetzt 22.000 Ja, ich auch Wo bist du jetzt hin? Hier unten Ich muss mal schnell gehen Ok Bitte? Hab ja grad Zeit Wie? 3 Minuten Juli, wo bist du jetzt? Hier, alles cool Ich bin ja schon da Warte ich Paddy offen Hau ab! Hau ab! Bitte die kommt die Polizei Die haben's gesehen Was denn? Dass du absetzt gefahren bist Hübschen! Hübschen, Mann! Warum denn? Mach Boto aus! Warum denn? Die Polizei will dich kontrollieren Oje Was möchten Möchtest du ihm deine Lizenz zeigen? Ja, ja, ja Wenn du sie zeigst, dann nimmt er dir sie weg Haha, Opfer Jemand zieht einfach mal ne Waffe Alter, lass... Der Polizist wird weggesleid! Lol, echt? Von da hinten? Ja! Darf ich jetzt weitermachen? Warte, warte, wenn der weg wird Nein, darfst du nicht Läuft bei euch Was will der? Ok, ich bin bei meinem Haus und hab ein kleines Auto Der will dir Geld einsammeln, weil du links gefahren bist und abseits Was bin ich? Du bist auf der linken Seite gefahren Ja, ich hab dich überholt Ja, ich weiß Hä? Jetzt wird er gekillt! Ach ja, ich hab mal Auto wieder Also... Wo seid denn ihr grad? Achso, der hat gesagt Einen Moment bitte Ok Lol Verstanden? Was? Das was sie gemacht haben ist Verbot Sollen wir sie noch einmal dabei erwischen Was? Was? Du bist links und abseits gefahren Soll ich irgendwas drauf antworten? Nein Schreib 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 B Ok Ok, hab Darf ich jetzt weiterfahren? Ja, fahr einfach Ja, wo seid ihr grad? Sag mal, warum nimmst du deinen Truck nicht? Ich will mit dir fahren Ich will mit dir fahren Mir ist langfreulich Warum darf ich nicht links fahren, wenn ich dich überhole? Ähm... Guck mal Du bist hier vorhin so abseits gefahren, ne? Ja Guck mal auf der linken Autobahnspur Und wenn du die überquerst heißt es hier links fahren Pff 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 Äh... Äh... bin ich... Ey, das ist ein Flugzeug ich weiß Äh... Ey, Julia macht mal schrägstrich Ähm, Car Radio, also Autoradio Redstrich Autoradio Maa... Ha Ha Dann Deutschland, dann WI-F-M was Deutschland ja und dann mit GFM ja sind das äh richtige Lieder oh scheiß das sind richtige Lieder mach ich! Lass ich! GEMA! GEMA! wie kann ich's ausmachen? GEMA schräg 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 Radio und unsere Musik stoppen GEMA! GEMA! ah lalalala lalalala okay gut es läuft immer noch du musst schräg 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 Maud machen ach so oh oh du bist an an keiner Maudstelle scheiße warte ich mach's scheiße ach geht schieb den behinderten Truck weg du machst einen neuen Truck warte ich lass mal was testen lol was war das? ja das ging lol jah 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 es läuft einfach so vorbei flieg fliegst du oder was? ja ich flieg grad ah 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 schlussflug läuft bei dir das Flugzeug ist im Arsch äh juli ich komm gleich ich kann die Maud nicht bezahlen ich weiß warte ich komm gleich so wenig Kohle nein ich hänge mit meinem Laststoff fest ach so juli ich komm scheiße alter oh fuck wo bin ich jetzt? sicher dass das Slash Mode ist ah ja 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 warte auf mich warte ich muss nur da durchfahren ich sag euch bei mir gehts grad ab und ich sterb gleich bitte recht ich fahr mal uah alter ich bin rechts ran gefahren ach da kommst du schon mhm einspringen so ich hab ich hab ich hab nicht ich hab die gehen mal nicht bedacht ach so wer die tippen wer die tippen wer schreiben dann fahr rechts ran fahr rechts ran fahr rechts ran fahr rechts ran warum warum denn es wird dann erschossen bleib stehen bleib stehen bleib stehen warte pay was ist der 86 was 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 war da erpressung warum denn die wollten mich töten jetzt hab ich Ruhe noch ne stunde lang verdient hast du losfahren weiter die verdienen damit ihr geld und das ist der bus man du hättest keine maut bezahlen du hättest da stehen bleiben sollen und der bus hätte dich dann vorgedrückt ja woher willst du wissen dass der rechts rein geht und nicht links da geht immer rechts rein oh das ist ein wort du weißt wo wir hin du weißt wo wir hin müssen oder ja dumm 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 nein ich will mein geld verdienen du hast 20.000 ist leicht du meinst das spaßiges lass mich aussteigen sagst du ein was spaßiges machen irgendwas spaßiges poste doch in deine Aufnahme schlug also ich sehe mal okay ich erzähle okay was gibt es ich komme nicht hoch Mama ich bin scheiße ich wollte ich wollte es in der die und und wie wie sich mit welchen oder welchen welchen Trakes kill ich gerade jetzt ab ich schreibe nur skill was skill äh wie schreibt man skill bin zu blöd dafür ich bin 1 du musst noch die 49 mal müssen noch liefern und dann muss ich immer noch mit dem Truck fahren oder was oder kann ich dann ein und wie mehr woher weiß ich jetzt woher weiß ich es ist nicht ganz kurz bei mir mitfahren mach so schneller gehen komm steckern kann ich ihn einfach hier abstellen oder was ja ja komm auf äh hier ok leg los ich habe ein kleines Problem ja was denn ich bin beim Ordnungsamt und komm nur raus lol also wie schnell gib ich das Auto du bist du für haftet nein Ordnungsamt das ist durch Straßenmeicherei das Ding ist halt da nein nein aber hier bist du da drin ist das Gefängnis ja ja nein ich bin da rein gefahren mit dem Auto und jetzt noch und dann ist mein Auto kaputt gegangen jetzt kommst du nicht mehr raus ja ok ich gebe euch schnell vom Server runter ja alter Jamba alter meine Fasskills kratzen an wirklichkeit alter guck mal zwei Blitze auf einmal wo du ok und jetzt ok ich will ich will Flugzeug fliegen mhm wir machen Flugzeug fliegen ok guck es gibt hier sogar ein Heli nein ich will kein Heli ok ok und hier sind die zwei Flugzeuge welche die beiden die beiden kann man nehmen ok ich nehme das hintere ich kann nicht ausdenken da machst du nicht exit doch hier Alter das Ding hat mich überfahren lol mein Auto hat mich überfahren warte warte nein ich habe keinen Flugschein na und dann kannst du trotzdem einsteigen wie denn F nein da steht du hast keinen Flugschein ich habe aber auch kein Flugzeug wenn ich da drauf drücke Achtung besorgt die Eingültigen ach so wie viel Geld hast du 22.000 ok dann komm mal mit wir holen dir kurz den illegalen den illegalen da kannst du damit trotzdem kriegen und die Polizei kann dich ja nicht in der Luft kontrollieren was du für klingt immer gut illegal ja geh Jonas illegal das mögen wir und bei mir ist kein Auto gespawnt am zuhause weil ich jetzt gerade hab was ist ja das gibt es gleich zu hause wie ich ja doch ja 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 du bist mir jetzt hier das ist es so gelohnt hierher zu kommen ist hier jemand wir fahren wir zu gut wo bist du denn Alter hör auf mich abzuschießen du Spaß oder ab zu irgendwas der Schabau Lila halt mann halt mann machen Vollbremse okay schade der muss genau hinter dir fahren fahr nach rei ja so ja 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 ja